Hier ist die Gewinnspielauslosung vom Homepage ÖPNV Adventskalender live aus den RZ Media Studios in Bochum. Und hier ist Ihr Gastgeber. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer Auslosung unseres Adventskalender-Gewinnspielers. Sie konnten bis zum 26. Dezember auf unserer Internetseite an der Aktion teilnehmen und ein kleines Überraschungspaket gewinnen. Insgesamt sind bei uns in den letzten Tagen drei richtige Antworten eingegangen. Dafür möchten wir uns schon mal ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass Sie schöne und besinnliche Weihnachtstag haben, denn jetzt kommen wir zur Ziehung unseres Adventskalender-Gewinnspielers. Für diejenigen, die es jetzt eingeschaltet haben und gar nicht wissen, worum es eigentlich ging. Hier sehen wir eine Animation des Adventskalenders mit 24 Törchen, alle von 1 bis 24 in einer unsortierten Reihenfolge positioniert. Dahinter verbirgte sich der gesuchte Aufnahmeort. Die Aufgabe der Homepage-Besucher war dann entsprechend den Aufnahmeort herauszufinden. Richtige Antwort war natürlich die Scharpensee-Straße in Bochum-Oberdagenhausen. Hier auf meinem Pult sehen Sie drei rundliche Pakete. In jedem Paket befindet sich jeweils ein Teilnehmer, der an unserer Aktion mitgemacht hat. Ich werde nun jetzt ein rotes Päckchen öffnen und den Gewinner aus dem jeweiligen Ort bekannt geben. Und gewonnen hat der Teilnehmer aus Kerne. Joach, Joach. Gewonnen hat der Teilnehmer aus Kerne. Herzlichen Glückwunsch! Sie werden für uns ein kleines Überordnungspaket bekommen. Was sich genau hinter der Überraschung verbirgt, werden Sie spätestens merken, wenn das kleine Überraschungspaket bei Ihnen angekommen ist. Tja, unsere Sendung ist leider schon rum, aber ich wünsche noch allen Zuschauern einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Und jetzt verbinden wir uns mit dem Teilnehmer aus Kerne. Hallo, ist da jemand am Apparat? Hallo? Ja, hallo. Ja, Sie haben uns gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Wir werden Ihnen demnächst ein kleines süßes Überraschungspaket per Post zuschicken lassen. Viel Spaß damit! Danke! Tschüss! Bis!